Das hätte ich dir auch gleich sagen können, glaube ich, dass das mit dem Chassis nicht funktioniert. Ich bin ja auch mal hängen geblieben. Nee, einmal musst du noch. Jetzt. Oh Gott, aua, aua, au. Oh Gott, wir haben das ganze Ding gekliffen. Alles gut, Panzer Fritz. Kümmern euch mal eure eigenen Sachen. Entschuldigung. Ich glaube, die rechte Kette ist abgerutscht. Untertitelung des ZDF, 2020 Unsere Space-Ente wurde gekillt. Ich kann oben rausgucken. Ja, geil, ne? Oh mein Gott. Da ist ein Baum rechts. Was ist es denn für einer? Äh, weiß ich nicht. Also, weil weiß ich nicht, ist es entweder ein Panther, ein Puma oder ein Panzer IV. Ist ein Jagdpanzer. Uh. Jetzt wieder rechts? Jetzt ist es irgendwie rechts. Der Fälligen wir vor uns, ich höre ihn. Da sehen, ein Uhr, ein Uhr, ein Uhr. Weiterfahren, weiterfahren. Ein Uhr, Feinpanzer. Jetzt ist er auf eins. Jawohl, super Treffer. Rechts, weiter, weiter, weiter. Ist ein Headser, Digga. Und? 180 Grad. Ja. Brems. Bremsdreh. Brems, halt, halt, halt. Ohne Motor ist nix mehr. Ohne Motor und Kette ist nix mehr, Bruder. Wir haben Infanterie vom Bug. Infanterie vom Bug. Ganzes Gott vom Bug. Panzerfrau ist vom Bug. Ja. Papa, Papa. Schießt auf den Panzer noch einen Schuss. Auf den Panzer noch einen. Jawohl, guter Treffer. Ich will fahren. Panzerfrau. Wir fahren ab. Wir fahren ab. Wir fahren ab. Wir fahren ab. Fahr, 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 fahr. HE laden und schießen. Jawohl. Super gemacht. Wir müssen zu dem MSP und außerdem sitzen wir gleich in der Feindbasis, ne? Wir sitzen gerade in der Feindbase. Leute. Jungs, ich muss einen ganz kurz weg. Felgo, ich schieße in der Feindbasis. Wir sind Feindbase. Wir sind in der Feindbasis. Ach so. Alter. Fährt der erstmal in die Feindbasis. Ich muss mal kurz weg. Ja, ich fang gerade. Ich muss gerade. Ja, tut mir leidig. Hängen wir fest? Ja, ich glaube, ich hänge fest. Wir hängen jetzt nicht ernsthaft so einem scheiß Bus fest. Irgendwie schon. Das sind mal die besten Büsche von allen. Au, das hat voll Wege zahen. Ich habe Schaden bekommen. Du liegst auch unter dem Panzer. Au! Oh, jetzt liegst du unter dem Panzer. Ich verblute. Ich verblute auch langsam. Nein. Hast du den Panzer auch nochmal draufgeschoben? Ja. Ich bin gestorben. Danke. Einmal mit Profis. Links, 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 rechts, rechts, rechts. Hart, rechts, hart, rechts, rechts, rechts. Jawohl, dreh, 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 weiter, dreh, weiter. Hart, dreh. Oder raus. Alles, zum Marsch. Jetzt müssen wir dreh. Dreh, 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 dreh. Weiter, du hast ihn gleich, du hast ihn gleich. Jawohl, schieß. Jawohl. Gott, sorry. Scharfschütze auf dem Dach von dem Haus. Dach von dem Haus ist ein Scharfschütze. Vom welchem Haus? Das ist mit dem roten Kacheldach. Ja, das sehe ich von hier hinten nicht. Oh, hier ist irgendwas Unsichtbares, auf das man draufklicken kann. Das ist ja witzig. Vorsicht, Ei geht raus, Ei geht raus, Fuchs. Vorsicht. Oh, bei mir Granate, bei mir Granate. Weg, 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 weg. Scheiße. Fuck. Und Mika, du kommst noch zu uns. Wie uns, was? Ins MSP. Nee, ich will nicht spawnen, das ist wahnsinnig. Ich spawn, wenn der Rallye da ist. Er sei denn, du befiehlst es mir, dann spawn ich jetzt. Ja, dann spawn jetzt rein, du faule Sau. Oh, das hat nichts mit dem V-Lein zu tun, ich habe keinen Bock mit dem MSP zu sterben. Eine Minute, 37 Sekunden später. Das nennen wir mal versteckt, ne? Oh, der Fuchsbrust fett. Ach, Mann, die stehen ja sowieso direkt mit der Basis. Und, Scharfschütze, ich bin tot. Ach, auch Mika. Oh, Feind MSP, meine Position, ich springe. Ja, friss dies. Und kaputt. Äh, es gab keine Folge X-Person? Okay. Der ist, der ist disappeared. Ich hasse diese Spiele. Ich bin im Punkt. Oh, warte, 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 warte. Warum steigst du im Punkt? Genau, genau da ist der Panzer. Nein! Warte, ich bin hinter dir. Die Kreuzung, da ist er. Oh, mein Gott, oh mein Gott. Weg, 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 weg. Da ist einer in die Ecke. Sag ich doch. Okay, so gut. Nicht oder ohne 50k? Ich höre sie nur, kann auch ein Panzer... Kann auch ein Panzer sein. Dann spritz ich den Schicker eben schnell hoch. Jo. Ach ja, rammen sie mir tief in den Arsch. Na? Du legst gerade breitbreinig mit Brust oben, also... Ich kann's dir überlegen, wo ich sie reinkrabt hab. Immer. Der ist auf jeden Fall ein ganzer Trupp, äh, direkt östlich auf dem Punkt, äh, auf der Straße. Hat sie auf? Also, ja. Äh, ja, acht Leute oder noch mehr. Haha, ich hab überlebt. Oh, Mann. So, Jungs, jetzt marsch, marsch. Hin Nord und dann... Wir haben keine Zeit mehr. Ja, warte, ich bin tot. Du hast keine Zeit zum Sterben. Oh, scheiße! Ja, Panzer, 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 Panzer. Hey, darf ich mal kurz ne Granate werfen? Ja, schon. Jungs, der Panzer kommt jetzt in den Punkt hinein. Deckt den. Wenn wir ne MP oder so haben... Jo, bin mein Panzer, alles gut. Ja, du bist ne Held, ey. Sie ist an dir abgebaut, Nitro. Nitro, die ist an dir abgebaut.